Hotty Daddy! Prinz Carl Philipp mit Sohn Gabriel auf Tour Dieses süße Duo lässt es einem sogar bei eisigen Temperaturen warm ums Herz werden. Am 31. August erblickte mit dem kleinen Gabriel bereits der zweite gemeinsame Sohn von Prinz Carl Philipp von Schweden, 38, und seiner liebsten Sophia, 33, das Licht der Welt. Rund sechs Monate später gilt es für den putzigen Knirp, die nun auch zu entdecken und wie ginge das besser als festgeschnallt an Papis Bauch. Gemeinsam mit seinem Jüngsten besuchte das 30. Jubiläum des Tierbasern, eines Skilanglauf-Frauenrennens in Mora. Dabei machte der zweifache Vater eine gewohnt gute Figur – selbst mit Wollmütze und fetter Winterjacke sieht der royale Schnuckel einfach nur zum Anbeißen aus. Der absolute Blickfang ist allerdings ganz eindeutig sein Sohnemann, dick eingemummelt mit Mützchen, Kapuze und putzigem roten Näschen trotz Gabriel der eisigen Kälte Schwedens wirklich tapfer. Allerdings sind er und sein Dad nicht alleine auf Achse, sondern gemeinsam mit Oma und seinem großen Bruder, Prinz Alexander, 1. Mit so viel Unterstützung ist der Wonne-Proppen sicher bestens gegen das bitterkalte Winterwetter gewappnet. Untertitelung des ZDF, 2020